Wer ist Frenzy? Ich bin vorne nicht ganz allein. Okay, Autority und dann gleich rüber zu Frenzy. Scheisse, Metrop ist scheisse, oder? Ja, bei mir kommt genau ein Gegner, wow. Wow, Minus. Also, ich checke die Gegner nicht, die sie runter wollen. Willst du den? Ah, da. Oh, Adam, ich kriege die Gegner, ich kann das gut erledigen. Oh, okay. Äh, bei uns in meinem Haus. Kann ich einfach kommen. Komm mal einfach aufs Tor. Lüff dich schon, Adam. No, no. Aber du... Ja. Jo. Mal da, Adam. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Aber du kannst stehen, dann hole ich dich schnell runter. Er hat gerade ein Medikit umgedeckt. Ich kann dann noch einen Minion herlegen. So. Hier ist der Gegner runtergeflogen. Hier ist der Gegner runtergeflogen. Ah. Komm. Super Minimates. Wow, der Palt schießt mich an. Oh Gott. So. Ah, hinterher leise. Oh, nein. Oh, nasa, du sagst hier. Hm, daher ist der Gegner der Gegner. Ist der Gegner nicht wieder tenir? Ach, es geht mal wieder zu schnauern. Glocken Sie doch wieder, ich könnt nicht noch. Ja. Uh, befragen wir den Marn noch. So, wo sind denn deine anderen Mades? Alle sind gar nicht da! Ich glaube, wir sind aufs einzige Tryhard Team in der ganzen Lode gestiessen. Wo? Haha, die guten Zene waren. Ja, also ich habe 6 Kills und ihr sowas. Warum? Adam, hast du den Schuttgang, Muni? Hm, ein bisschen. Hast du den Schuttgang? Ja. Oh. Okay, er hat einen Platz. Da darf ich alle Waffen schön nehmen. Und dann gehen wir mal ein bisschen losen, würde ich sagen. Oh, kommt da vorne. Nice. Ich wüsste gerne, ob du da bist. Ich hab ihn da. Scheiße, Mann, Alter. Ich gehe gleich auf Frenzy. Ja, da hat es keine Leute mehr. Frenzy? Hm. Ja. Immer groß. Wie holen wir den Loot Drop da vorne? Ja. Wie holen wir den Loot Drop da vorne? Eigentlich greifen wir dort noch ein paar Leute ab. Aber Frenzy ist ziemlich leer. Okay. Wie viele Kills habt ihr hier? Ehm, 6. Nur? Okay. Ja, für mich ist keine gelandet. Oh, okay. Oh, Frenzy hat es doch noch Leute. Komm, frag mal wo du die Maid siehst. Kann ich mal in den Toadjuts, Leute? Komm, frag mal wo du die Maid siehst. Nicht wie die Mögi. Ist jetzt die Maid? So. Fangen wir bei Adam. Ja, Adam, du sollst nicht zu viele Kills machen. Weil sonst kommen wir in bessere Lobbys. Okay. Das ist nicht böse gemeint, aber so können wir in diesen Lobbys machen es zu. Komm, komm schon machen. Ist ja gut. Boah. Das ist ein Schweisslefon für das Bein, aber das ist... Nimm so arg. Ja, Adam, wie viele Kills hast du? Sagen wir mal. Trägen wir mal so. Zwei? Cool. Ja, easy. Wie viele Kills kann er maximal machen, bevor... So nicht mal machen. Okay. So nicht mal machen. Okay, ja, dann mach einfach. Okay. Das ist ein Retail-Glander, denke ich, von euch. Äh... Retail? Nö, weiß nicht. Adam wird auf dich geschossen. Ja. Kommen. Oh, das geht schon. Hast du es gehört? Ja, jetzt sind noch mehr, jetzt sind noch mehr, jetzt sind noch mehr. Achtung. Okay. Warte. Kaffst du es? Ich hab Lex. Ich hab Lex. Alles gut. Nice. Ist er auch schon bei sechs Kills. Äh, vier Kills. Jo. Ja, er hat ja mich holen mit den Loot-Drop. Okay. Boah, Alter, ich sehe, ich kann nicht gegen, Alter. Chump hätte auch wieder kannst. Ach, da ist er noch. Ich hab's noch Lex. Ich hab's noch nie. Ich hab''s noch nie... Ich hab''s noch nie... Ja. Ich hab' dir nicht zugegeben. Ich hab' dir nicht das Dhakt. Au. Ja, die ist so geil. Äh, weg für die... So. Er ist ein Prank. Oh. Ich bin geschossen von hinten. Ich bin da hinten. Ah, ich sehe gut. So, einmal. Dann, dann. Zwei mal. Zwei mal. Wo wo? Ach, von hinten. Verhören, verhören. Direkt. Wenn jetzt die da hinten aufleuchten. Ok, ja, dann. Seine Mates sind schon da. Hm. Apropos. So. Schau. Seine Mates sind schon da hinten. Oh, alle bist für einen, ja? Alle bist die. Alle sind hier. Was gibst du da? Du bist Geschichte. Du bist Geschichte. Jetzt fehlt nur noch das vierte, mate. Das ist doch gemütlich so, ne? Mhm. So. Es ist schon ganz gemütlich gerade. Und jetzt bitte noch Gegner. Ja, ich hab noch mehr Gegner, oder? Ach. Problem ist auch, ich hab auch noch mehr zwei, Dings, ne? Raketen, oder? Da, niemand? Hm? Ja, richtig. Ich sehe keinen einzigen, oder? Richtig behindert, ne? Ja, wir müssen mal Richtung Zone gehen. Ich glaub, die werden da irgendwo rein. Ja, voll, Leute. Die Zone geht bisschen ab, aber nicht groß. Weil ich krieg gar keine Rockets, ne? Ist so bitter. Äh, ich kann? Ich hab zwei Rockets. Ich hab zwei Rockets. Ich hatte auch noch Rockets. Du weißt, ich hab zwei Rockets, aber ich, äh... Ich hab gerade am überlegen, ich glaub, es sind eher richtig Mitte Zone. Ich kann mir erstmal lahmen. Mhm, wie ist das? Ah, da vorne bist du. Ich hab schon gedacht, wer fliegt da vorne rum. Mhm. Wie viele Kills in halb Jahren? Acht. Okay. Okay. Ja, wir haben jetzt 31 Kills. Ich hab 12. Ja, kommt runter. Jetzt dürfte ich mir echt ein bisschen Pump-Munition schnurren. Damit genau, äh... Ja, 30. Okay, letztens wach. Ich würd grad sagen, es sind halt schon wieder zwei Leute, die noch leben. Bei Solosquad hätte ich gern solche Lobbys, ne? Wär doch schon wieder, ne? Wärts denn wieder Trickshot? Ja. Ja, ich hab die Acht gemacht. Extra, extra Hunting-Reflemagne, ne, Mann. Äh, ich hab auch eine. Und wo aus Österreich bist du eigentlich? Steiermark. Ah, okay. Äh, kann man wie auch Raketen gehen? Was? Raketen. Kannst du zu mir fliegen? Ich. Ah, zwei. Äh... Na, ich komm zu dir. Du bist schneller wie. Du bist schneller wie. Das bringt uns so Glühwärmchen. Danke dir. Burn, baby burn. Hast du jumpet? Äh, nicht mehr. Oh, ne. Ich hab's geplaced oben auf dem Berg. Oder da. Keine Ahnung. Ich hab nur eins. Ich hab nur eins. Äh, ich sehe ihn. Wo? Ich hab einen jumpet. Kommt er da halt? Oh, oh. Ja, down. Und. Okay, dann. War aber nicht der letzte. War nicht der letzte. War nicht der letzte. Aber war genau so. Also so muss es sich anfühlen für einen Profi, wenn einer in eine normale Lobby kommt. So. Hm. Tschü tschü. Äh. Hm. Du, fünf Kiecks. Du. Du bist der Rösse. Was? Ja, war man... Jetzt ohne. Oder? Ey, mach's noch viel Spaß. Ich krieg' einen Ghost hier, um das zu holen! Ah, 55er! Und... Jesus! Das fällt dir gar nicht mehr auf! Okay, zwölf Kills, Anacist! Ähm... Ja, neun Kills! Wir müssen uns jetzt in die Mentalität eines Bots einfügen! Ich hab's gemacht! Ganz am Anfang einfach ab, ey! Das ist Spurt! Was heißt, es landen auch richtig viele außerhalb der Zone, ne? Und die meisten kommen erst in die Zone rein, dann! Ah ja! Das ist das! Noch eine Runde mach ich noch! Noch eine letzte Runde, Kapi korra, nun geh' ich... P-P-P-P-P-P-Pennen! Okay, ich geh, äh, ich geh, Holyhead. Ich geh schnell Katty und dann geh Retail gleich. Kommt drauf auch, wie die Zone holt ist. Oder haben wir Aim is on point, oder? Nein, ich bin nur in spammten Runden. Gar nicht geschwitzt. Ich meine, irgendwie passt es ja, wenn es ein bisschen verschwitzt, ist es ja in Ordnung, aber... Okay, Sweetie Sands. Ja, gell, ich glaube ein bisschen, bis gefordert werden darf man schon. Ja. Aber so ist fast ohne fordern. Die Gegner am Schluss no scoping und so. Ist nicht zu fordern. Aber ist witzig. Hey, äh, wir müssen am Schluss Pads dabei haben. Diese Jump Pads. Ja, ich hab ja immer, immer mit meinen Garnattings da gemacht, aber... Das hat mich jeder immer zugeboten. Das Schlimme ist, die Gegner am Teil des Ice-Skins und so Sachen. Das ist absolut scheiße. Ah, dann muss Pleasant landen oder so. Pleasant landen richtig voll, ja. Okay, also ich geh Pleasant. Mal schauen, da kommen da viele Leute. Das kann es nicht sein, man. Milka? Ja. Twitch Titel enden in High Kill Rounds. Genau. Der eine Mannsch ist, äh, Sweetie. Der eine Mannsch? Was? Ich hätte... Er ist besser wie du. Ja, er ist besser wie du. Bist du sicher, dass es ein Bot ist? Ja, also safe ist ein Bot. Er baut zuerst die Wärmung, bevor er überhaupt auf die Kiste geht. Achso, okay, also... Ja gut, das mache ich aber auch manchmal, oder? Ich glaube, bei mir geht gar keiner mit, ne? Ja, bin gehackt. Ich glaube, es ist kein einziger hier gelandet, außer der. Ey, scheiße, Mann, Alter. Kann man untersuchen, ja. Hier denken Otz. Die denken hier, wo man landet. So. Keine Ahnung. Also, ich habe jetzt ein Sturmgewehr und ein Pump und kein Shield und gehe jetzt mal ein Kligoli suchen. Ich hole mir jetzt den Barmer und dann gehe ich gleich weiter. Leute, bei mir sind richtig Fülle. Zwei Teams. Jetzt muss ich Gas geben, ne? Es ist einfach keiner gelandet. What the fuck? Ja, moin. Milka, ich werde mich wieder auf dich. Was ist das für Arscher? Einer Shield vom Baum und hakt das nütz. Und sie ist ein Maid schießt ihn ab. Was? Ja, er ist halt ein guter Maid, weißt du? Die standen nur ume. Die standen nur ume. Was? Es ist halt ein Real Talk. Ich habe das Gefühl, die Hälfte der Lobby stirbt. Die stirbt, weil sie ein paar Folgen waren. Oh, mein Mensch ist hier. Die sind no joke, einfach auf Boim gewesen. Auf Boim? Ich glaube es nicht. Er hat schreckt nur, dass ich auf den Schiess. Es juckt ihn nicht. Er wollte einfach friedlich sind, ich scheiss Wanda. Ja. Es ist lachend. Es ist lachen. Ja, ich find's auch lustig, dann kann man es so hart zu potzen. Jetzt! Ja, authority, wieder kein Spang gelandet. Kann man eigentlich mal einen mutigen Best machen? Die Tresoren? Scheiss auf Chess! Ich will ja nicht sagen, da habe ich ja trotzdem Bock gekämpft. Die haben auch gebaut, es kommt mir vor, sie sind einfach richtig stark, ne? Uh, uh, alles knapp. Okay. Okay. Warte mal. Für wo? Für wo? Adam, für wo? Hm, 323. Was? Was? Was ist die nächste? Oh mein Gott. Also wer für mich kommen kann und mich verleben kann, ist ein Irrenmann. Nein. Er geht selber ein wenig zu kämpfen. Scheiße! Alter! Adam! Adam, hol mich her! Was ist das? Ich will, mein Mann! Ich will uns abholen. Sag dir, wenn der Gegner hinter dir ist. Er schiesst auf dich! Aber holen. Holen! 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 Okay, jetzt reicht's. Oh man. Apropos. What? Du musst stehen und bleiben stehen. Ja chill, ich muss mich heilen, falls der Luft fallen ist. Ah, merci. Ja. Alter, wie viele Tüte sind gekommen? Sind noch mehr? What the fuck? Adam? Ja. Ich wollte mich noch holen. Wie lange geht's? Ja, nicht mehr so lange. Ah, ich fange mich auf den Weg, ich habe zwei Lecks. Ja, ich fange mich auf den Weg. Gott, ich wüsste mich nicht knapp werden. Woaaaaaah. Das ist nicht lang. Das ist nicht lang. Das ist nicht lang. Drei Sekunden halt. Okay, das ist flüchtig, ja. Ja. Wir sind doch vor, oder? Ja, ja. Copy. Rewive, so zu sagen. Nein, nein. Andere Seite. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Alter, nein. Ich fange mich auf den Weg. Was? Alter, ja, ja, ja. Der Typ gibts mir mit Granaten, oder? Instant. Der, der ist sie. Und weg ist sie. Papp. Hätte ich eine Teilbahn nehmen müssen? Nein. Nein. Scheiße. Egal. Autoritätsschliessel. Der kann in den Führer, ja, nicht. Ich habe mich gelassen. Ich nehme mich gerne. Ich nehme mich gerne. Da hast du es gerade gesehen. Endmaster. Holy shit, Alter. Bist du schon im Tresorraum gsi? Nein, nein. Nichts. Ah, ja. Ich bin kein Zürrer, wie unfair ist es. L частьbel luminärEND. Ich bin in ein der excit Peak. Ich habe ihn. Die, ich habe ihn in. Zeilen, ich habe ihn zu lesen. Ich habe ihn가지. Pfund. loud ja 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 Was ist das? Kill Nonigall, kill Nonigall Yeah Ja, ja, ja. Ja, was, was? Ich gehöre noch, ich gehöre noch. Okay. Du darfst nicht alle killen. Wo hätt's noch? Okay. Wir brauchen halt einfach einen Gegner. Zum schwarzen Du. Bist den Tragen, Mama. Also nehmen wir ja fast. Ah, können wir nicht rein. Genau. Du kommst eben easy guten Loot an. Das Einzige, was du brauchst, ist halt so einen, äh, äh, so einen Gegner halt. Fuck, wie kommt man da runter? Das wäre noch die grössere Challenge. Okay. Later. Ich gehöre dich irgendwo. Ich gehöre dich irgendwo. Hm. Hallo. Äh. Ich gehöre! Geht nicht. Wer braucht denn jetzt so einen schwarzen Type? Also... Sch быть. Ich brauche dass auch so einen Type, der sich ein bisschen wacke et으니까ert. Das Ding ist, ich gehöre sie sogar. Ich weiss einfach, wie ich zu dieser kommt. Lecker Sandwich. Wir sind ja. Gute. Alter, wo ist jetzt? Ich gehöre der eine da rumlauern. Die haben nur einen Nuggen. Dann können wir den Ding scannen. Frisurraum. Ich glaube ich bin ziemlich nahe an denen. Die Seite haben wir. Ja. Was? Adam, komm da hoch. Was? Adam, komm da hoch. Adam, hol mich schnell hoch. Da. Aber ja, hol mich jetzt schnell hoch. Den brauchen wir nämlich. Genau den. Okay. Weich Gegner? Nein, 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 nein. Bot. Bot. Ah, ich habe einen Bot. Oh, 8 HP. Leben am Limit. Aber weiss, jetzt können wir die Special Tool machen. Hm, was bist du denn? Weg mit dir. Was haben wir da drin? Nichts sinnvolles. Hm. Hm. Für was ist die Autoritätskarte? Gut. Ähm, mit der da kommst du zu. Mit der so. Und wo ist der? Ähm. Geh hier an. Hier links. Bist du rein? Mach da die Wange auf. Dann runter. Also musst du rechts und links gleich bauen. Bauen, bauen, bauen. Rechts. Rechts bauen. Musst du hier nur mal Stegen herren bauen. Nicht runtergehen. Links und rechts gleich den Stegen herren bauen. In das ersten Feld. Erst zu lange bis ich kaputt bin. Oh shit. Müssen nur mal Stegen bauen. Wenn drüber geht. Einfach links den Stegen. Ah, die leitzen oder? Ah, er hat den vollbaut. Stegen bauen, Stegen bauen. Der ist zu lang bis er kaputt ist. Der hat den Stegen bauen. Wir müssen strugglen. Wir müssen uns Stegen machen dort. Jungs. Ich weiss, aber es ist gerade ähm. Was ist das? Okay, jetzt. Alte. Mega gesammt aus. Warte, geh weg. Ich treffe es doch. Okay, es ist zweit genug. Es ist zweit genug. Es ist zweit genug. Sie set ihn. Okay, nice. Leid snuckert mir. Ja. Jetzt haben wir es einmal noch geschafft. Es bleibt noch ein Gegner. Egal, es ist ein Quest da drin. Milka, 24 kills. Oh, da drin ist eben ein Quest. Wo? Da weisst du ja. Das ist alles Loot, Adam. Oh ne, endlich. Baaaaaah. Das ist doch. Das ist doch. Ehh. Die Loot. Natürlich ist es nicht. Wuuu. Das war ich dort so lange mit dem Tresor. Ja, schön. Egal, immerhin die scheisse Quests mal abgeschlossen. Geh in den Tresorraum. Das sind. Das sind. 25 kills. Gegenbots. Scheisse. Oh mein Gott. Schaden an Spielern. 6335. Holy shit, Alter. Ich bin nur vier Kilometer gelaufen. Jetzt kommen in der Zeit. Ja. Dann schlafen ein bisschen. Dann kramp. Dann roh. Dann mal gucken. ... ... ... Out.